In diesem Video geht es um das kleinste gemeinsame Vielfache. Ich erkläre dir, was Vielfache, gemeinsame Vielfache und das kleinste gemeinsame Vielfache sind und wie das KGV mit Hilfe einer Primfaktorenzerlegung berechnet werden kann. Vielfache von 8 sind alle Zahlen der 8er Reihe. Es gibt unendlich viele Vielfache von 8. Da diese Zahlen eine Zahlenmenge bilden, werden sie zwischen zwei geschwungenen Mengenklammern angeschrieben. Die Vielfachen von 12 sind alle Zahlen der 12er Reihe. Gemeinsame Vielfache, abgekürzt GV, beider Zahlen sind alle Zahlen, die in beiden Mengen vorkommen. In diesem Beispiel sind das bisher 24 und 48. Auch das wären unendlich viele Zahlen, wenn wir noch mehr Vielfache von 8 und 12 berechnen würden. Das kleinste gemeinsame Vielfache oder KGV ist nun die kleinste dieser Zahlen, also 24. Das KGV kann auch mit Hilfe einer Primfaktorenzerlegung bestimmt werden. 8 wird in die Faktoren 2, 2 und 2 zerlegt. Wir markieren die Zahl 2 bei der linken Zerlegung und streichen sie je einmal bei den anderen beiden Zahlen. Wir markieren auch den zweiten Zweier. Bei 10 gibt es keinen Zweier mehr, aber bei 16. Auch der wird durchgestrichen. Dasselbe passiert beim dritten Zweier. Bei der mittleren Zerlegung gibt es noch ein Fünfer, der wird markiert. Rechts ist noch ein Zweier übrig. Auch er wird markiert. Die markierten Zahlen werden jetzt multipliziert und ergeben das KGV. Es beträgt 80. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.